Hallo meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Heddenringen. Ich bin hier in irgendwelchen Gebieten auf, wo ich gar nicht sein will, weißt du? Ist doch... Weg verschwunden. Ist er nicht. Wo wäre denn das Erste hier? Ah. Einmal looten hier. Auch wenn du aussiehst, das wirst du dich abmachen. Ich finde das wäre, wenn ich jetzt hier ein Pferd hätte. Ich gehe dann aber gleich hier nochmal zurück. Da gab es bestimmt doch noch einen anderen Weg. Ich will nur was mit dem D noch führen. Geht denn das ja nicht. Haufenweise spüren dann. Das ist ja... Was soll das denn? Da war es die erste Ich habe dafür allerdings einen Ungeist gezahlt Den Deckel Okay, da ist uns gleich drauf Gehen wir uns schnell zurück Haben wir wenigstens die Wege offen So, gab es hier noch einen anderen Weg Hey, das war es tatsächlich Gut, dann gehen wir hier zurück Ich werde gucken, ob ich noch irgendwas verpasst habe Sonst war es das für mich hier Dann gehe ich wieder Helpt mich schon Doch, die Wege verschwinden doch wieder Ich doch Waren Blut Soldats Ich habe keine Ahnung Leute, ich habe keine Ahnung Gehen wir jetzt wieder hier hin Rennen jetzt einmal den ganzen Gegner vorbei Damit ich wieder da oben bin Waren wir denn irgendetwas? Da ist es nicht so schlimm den Weg gesteckt Das dauert gar nicht so lange Google vorbei Dann einmal durch Da ist es nicht so schlimm den Weg Und da hinten haben wir Haufen Und da hinten haben wir Haufen Das meinte ich Das meinte ich Hier oben wäre ein Checkpoint echt optimal gewesen Für den Lauf, den man hier macht So und hier haben wir aufgehört So und hier haben wir aufgehört So und hier haben wir aufgehört So bei einem So 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 Oh, heilig ist. Und von dem ist illegal. Oh, ich kann ja nur einen Tadisman tragen. Sehe ich mal das jetzt? Hätte er Speicherplätze. Echt irgendwas für... Nein, hab ich nicht. Hm, was sind wir denn da jetzt rein, Leute? Brustdauer... Hat so gut, aber auch eine Lippe nicht. Riffelmagie. Schwierig. FP brauchen wir nicht, wird langsam LP, beschränkt die Ausdauer. Das ist mein Gewicht, mit Lebenskraft und Ausdauer. Einmal Lebensgeneration. Warum nicht? Ich bin ja mit dem Leben. Das könnt ihr links oben sehen. Der Lebensbalken langsam wieder füllt. Ich bin hier erst mal fertig. Meine Vermutung ist, muss ich... Muss ich Rani auf ihren Sitzplatz... Also soll ich die Puppe dort sitzen? Möchte ich die Puppe dort wieder sitzen? Das wird's kaputt gemacht. Ja, hat sie die Lippe. Das wird's kaputt gemacht. Das wird's kaputt gemacht. Das wird's kaputt gemacht. So, dann gehen wir weiter. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Dann muss ich mich dann erst mal einlesen. Für die ganzen Rests, wie man die jetzt abschließen kann und so. Da muss ich mich echt erst mal einlesen. Weil ich die schon gerne abschließen würde. Und jetzt nicht einfach so fast fertig oder halb offen da liegen lassen würde. Da drücken wir uns auf jeden Fall noch ein Level ab rein. Dann haben wir das auch auf 30. Auch mehr Damage. Ich würde sagen, das ist ein okayer Wert. Und weiter zu... Äh... In den nächsten Post-Kampf. Er kommt nach, Gottfried. Guck mal da oben, wir sind ja quasi da, Leute. Wir sind ja schon am Ende des Spiels. Außer da hinten im Schneegebiet geht's noch weiter. Was... Ich hab leider die dumme Befürchtnis... Dort weitergegeben... Weil uns noch 3 Götter fehlen. Wahrscheinlich hat uns hier 3 Bars ineinander reingeklatscht bekommen. Irgendwas... 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 Boah, sieht hübsch aus. Der Dart, der Dart... Das ist aber Beuys. Wollen wir schon sehen, was es ist. Was ist? Oh, ja schon wieder. Graceless, tarnished. Was ist dein Geschäft mit diesen Thronen? Ah, Godric the Golden. The twin prodigies, Mikkela and Melania. General Radahn. Praetor Reichard. Lunar Princess Rani. Willful traitors. All. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Willful traitors. Filled by King Morgoth. Last of all Kings. The throne. The throne. Stain. To the throne. Und bei meinen Kursen. Such an, ich kann not bear. Die Partiless, shall not be forgiven. So close his me too. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht für den Bosskampf. Ich habe mehr erhofft. Die Grabe habe ich mehr erhofft. Undurchdringliche Dornen weisen alles und jeden ab, wie man vermag es den Erdenbaum zu Und jetzt? Da kommt mir auch keiner her. Da kommt jetzt auch noch so eine Wand davor. Ah. Musste erst abgelehnt werden. Hey. What's up? Hello again. Old friend. Allow me a moment to converse with you. You are unable to enter the Erd Tree. No. Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being. That spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey. With me. With me. To the flame of ruin. Far above the clouds. Upon the snowy mountain tops of the giants. Then. I can set the Erd Tree aflame. And guide you. Down the path. To becoming Elden Lord. I wish to journey with you to the flame of ruin. And guide you. Shall I turn? Let my hand share them with me. Your thoughts. Your ambitions. The principles you would follow. Warn ich nicht wie ich da hin gekommen bin. Boah, wie sind wir denn da nochmal hingekommen, Leute? Ich habe gerade keine Ahnung mehr. War das den Hauptfahrt folgen? Ah, ich glaube, ich weiß wie. War das nicht hier vom Balkon aus? Ist das nicht so? Hier runter, die Ecke oder so? Irgendwie habe ich das in Erinnerung. Irgendwie... Boah. Aufgemacht. Oh, das war der richtige, den richtigen Weg folgen, ohne runter zu springen. Und ich ja... Warte, hier nochmal. Guck mal. Ah, ja. Ich weiß jetzt. Sehr lang. Durchs Tor durch müssen wir. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Kinder würde sich nicht in der Nummer einsen.